Ja, ein ganz herzlich willkommen hier im Kino des DFF. Ich freue mich, dass Sie zuschauen bei einer weiteren Sonderveranstaltung im Rahmen unseres Begleitprogramms zu unserer aktuellen Sonderausstellung The Sound of Disney 1928 bis 1967. Ich bin Nils Daniel Peiler und freue mich sehr, dass ich heute mit vier Teilnehmenden eine Podiumsdiskussion führen kann zum Thema mein erster Disney-Moment. Also wir wollen uns locker darüber unterhalten, wie Disney das Leben prägen kann und das passt natürlich ganz wunderbar zu unserer aktuellen Sonderausstellung. Sehr gerne hätten wir dieses Gespräch auch mit Ihnen direkt geführt, mit Publikum hier im Saal. Das ist leider aufgrund der Pandemie aktuell nicht möglich und wir freuen uns aber, dass wir hier heute persönlich miteinander reden können und dann auch auf diese Weise, auf diesem Weg zu Ihnen kommen können über das Internet. Ich möchte ganz kurz erstmal alle Teilnehmenden der heutigen Diskussion vorstellen und wir steigen dann gleich ein mit der ersten Frage. Ganz außen ist unser jüngster Teilnehmer Bruno Arp. Herzlich willkommen. Ich darf verraten, dass du gerade erst Geburtstag hattest, dass du deinen siebten Geburtstag gefeiert hast. Herzlichen Glückwunsch erstmal nachträglich. Alles Gute. Du bist am 29. Dezember 7 geworden. Du wohnst hier in Sachsenhausen, also gar nicht weit entfernt vom Kino des DFF und du kennst unser Kino auch schon, du bist hier auch schon aufgetreten. Das hat mir deine Mutter, die Vanessa, verraten. Du hast nämlich hier auch schon bei unserem Lucasfilm-Festival gearbeitet. Also bist hier ja schon zum wiederholten Mal im Einsatz. Schön, dass du da bist und Bruno, wir werden uns mit dir darüber unterhalten, welche Disney-Filme du schon gesehen hast, welche Disney-Filme du schon kennst und wie die dir gefallen haben, wie sie dich geprägt haben und ja, was du da ran finden konntest. Da freue ich mich schon sehr drauf. Dann gleich neben mir hier unsere nächste Teilnehmerin. 16 Jahre alt ist Franka Dittrich aus Karben, also auch hier aus dem näheren Umkreis. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist, Franka. Du hast auch schon beim Lucasfilm-Festival gearbeitet und zwar in der Jury 13 Plus und hast auch letztes Jahr, das hast du mir verraten im Vorgespräch, ein Praktikum gemacht bei den Schulkinowochen in Hessen. Du bist aktuell in der 11. Klasse des Kurt-Schumacher-Gymnasiums in Karben und hast mir auch verraten, dass du mit fünf Jahren schon erlebt hast, wie euer eigenes Haus zum Filmset wurde. Also hast du auch schon praktische Erfahrungen gesammelt und ich bin natürlich sehr gespannt über deine Eindrücke der Disney-Filme. Du hast mir auch im Vorgespräch verraten, deine Lieblingsfilme sind Heathers Perfect Blue und Hereditary. Herzlich willkommen auch an dich. Schön, dass du da bist. Dann gleich auf der anderen Seite neben mir ist Andreas Plathaus. Herzlich willkommen. Sie sind nicht hier in Frankfurt beheimatet, sondern gebürtig aus Aachen, aber natürlich lange mit Frankfurt schon verbunden als stellvertretender Feuilleton-Chef der FAZ, dort verantwortlich für Literatur und literarisches Leben. Und seit 1983 sind sie Donaldist. Darüber wollen wir unbedingt sprechen. In dieser Funktion haben wir sie auch eingeladen und sind da sehr gespannt auf ihre Eindrücke ihrer persönlichen Beziehung zu Disney. Sie haben gerade erst im vergangenen Jahr ein Tagebuch veröffentlicht, im März 2020 erschienen, auf den Palisaden über ihre Zeit als Thomas Mann Fellow in den Pacific Palisades im Jahr 2019. Und ich möchte noch ein zweites Buch von Ihnen erwähnen, das auch unsere Ausstellungsarbeit in der Vorbereitung unserer Sonderausstellung The Sound of Disney 1928 bis 1967 sehr geprägt hat, nämlich von Mann und Maus über Walt Disney, eine Biografie, die bereits vor 20 Jahren im Jahr 2001 erschienen ist. Sie haben mir verraten, dass das Dschungelbuch ihr frühester Disney-Moment war. Und darüber wollen wir natürlich auch sprechen und insbesondere auch über ihr Expertentum für Comics. Ganz herzlich, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Andreas Blathausen. Vielen Dank. Außerdem auf unserem Panel und unser letzter Gast, die Runde vollmachend, Aida Benaschur hier vom DFF. Schön, dass du da bist, Aida. Herzlich willkommen. Hallo. Aida Benaschur ist Outreach-Managerin im Rahmen des 360-Grad-Programms hier im Haus seit 2019. Sie hat Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste zu Berlin studiert und zwar mit den Schwerpunkten verbaler und strategischer Kommunikation, Politik und Soziologie und hat einen Abschluss als Diplom-Kommunikationswirtin gemacht. Außerdem eine zusätzliche Ausbildung zur interkulturellen Trainerin. Aida, du hast mir verraten im Vorgespräch, dass Musik ein ganz wichtiger Teil deines Lebens ist. Du spielst auch selber Klavier und Musik begleitet dich und deine Familie in verschiedensten Zusammenhängen dein ganzes Leben schon und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil Sound und Musik im Zentrum unserer Ausstellung, das Sound of Disney 1928 bis 1967, steht. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen nochmal an alle. Ja, ich möchte vielleicht gleich mal anfangen mit unserem jüngsten Gast Bruno. Schön, dass du da bist. Kannst du dich noch an deinen ersten Disney-Film erinnern und wie war das, als du den gesehen hast? Mein erster Disney-Film war Dschungelbuch. Zuerst habe ich die Teile von dem gesehen. Also erstmal einzelne Szenen? Ja, erstmal einzelne Szenen. Und als ich den fertig geguckt habe, war ich eigentlich auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich meinen ersten Disney-Film geguckt habe. Das war so zwischen drei und vier. Das war zu Hause auf dem Fernseher oder wie habt ihr das geguckt? Zu Hause auf dem Fernseher. Und war das für dich was ganz Besonderes, weil du sagst, du warst ein bisschen stolz drauf, deinen ersten Disney-Film geguckt zu haben? Das finde ich spannend. Äh, ja. Inwiefern war das was Besonderes? Also hattest du vielleicht besondere Erwartungen, dass der Film anders ist als andere Filme? Oder? Eigentlich nicht. Kannst du dich noch an diese ersten Szenen erinnern? Du hast jetzt erzählt, du hast erstmal einzelne Szenen geguckt, bevor ihr den ganzen Film geschaut habt? Oder ist es zu lange her? Zu lange her. Und wie ging es dir dann mit dem ganzen Film? Eigentlich... Eigentlich wusste ich erst noch nicht einmal so gut, was mit mir passiert. Was dann kommt und so. Kannst du dich noch an die Gefühle erinnern, die du dann hattest? War das spannend oder hattest du Angst bei einigen Szenen? War das aufregend vielleicht? Es war spannend und ich hatte auch ein bisschen Angst bei der letzten Szene, mit dem Shokan, mit dem Kampf. Wo der Tiger die anderen jagt? Ja. Aber es ist ja dann gut ausgegangen, oder? Ja. Hattest du da vielleicht auch eine Lieblingsfigur bei dem Dschungelbuch, als du den Film gesehen hast? Ich fand den Baloo ganz gut. Den hast du heute auch angezogen, habe ich gesehen. Hast du auf dem T-Shirt, super. Was gefällt dir denn so an dem Baloo? Dass der immer so lustig ist, indem er so tanzen will und singen. Ja, klasse. Und wie hast du den Film danach dann weiterverfolgt? Hast du ihn dann nochmal gesehen? Hast du ihn mehrmals gesehen? Oder ist es bei diesem einen Mal geblieben? Also dann habe ich den nochmal geguckt, bis einfach der nächste Destiny-Film kam. Und was war dann der nächste? Jetzt bin ich neugierig. Erzähl mal ein bisschen. Das weiß ich nicht mehr so genau. Aladin kenne ich schon sehr lange. Und Arielle. Die Schöne und das Biest. Und mehr. Peter Pan kenne ich auch schon sehr oft. Und dein Lieblingsfilm ist aber nach wie vor das Dschungelbuch. Nicht ganz. Aladin. Aladin, aha. Warum? Weil ich es gut finde, wie der mit den anderen umgeht. Was macht er denn mit den anderen? Vielleicht kannst du das mal erzählen für die, die den Film noch nicht so gut kennen. Der ist selber ein armer Mensch und sein geklautes Brot hat er noch ärmeren Kindern geschenkt, die nur eine Fischgräte hatten. Ist das vielleicht ein Vorbild? Kann man selber auch so? Handeln wie der Aladin? Ja, das kann man. Und du hast jetzt ja schon ein paar Disney-Filme genannt, die du schon gesehen hast. Mich würde mal interessieren, gibt es etwas, was dir bei allen gut gefallen hat? Oder vielleicht auch bei allen nicht gut gefallen hat? Gibt es da etwas Gemeinsames, das dir aufgefallen ist bei den vielen verschiedenen Filmen, die du jetzt gesehen hast? Ja, mir ist ein bisschen aufgefallen, dass Disney-Filme sehr mitfühlend sind. Aber auch ein bisschen wild, oft. Ein bisschen wild, ja. Wie meinst du das, wild? Zum Beispiel bei Phantasia sind das richtig wild, finde ich. Das ist richtig wild, ja. Aber den hast du auch schon gesehen, wow. Den haben viele, die älter sind, noch gar nicht gesehen. Viele, die zu uns gekommen sind, die Ausstellung haben den noch gar nicht gesehen. Da geht es ja auch ganz viel um Musik bei Phantasia. Ist das vielleicht auch was, was dir bei den Filmen immer wieder begegnet ist, die Musik? Bei den Disney-Filmen ist die Musik für den Film, aber bei Phantasia ist der Film für die Musik. Genau. Du hast dich ja schon sehr klug damit beschäftigt, wie wir das in unserer Ausstellung auch versuchen darzustellen. Da hat man quasi einen Film für Musiken, die es schon gab. gezeichnet, animiert. Der letzte Disney-Film, den du geschaut hast, kannst du dich da dran noch erinnern? Was ist sozusagen der jüngste Film oder der, den du als letztes gesehen hast? Der letzte Disney-Film ist, glaube ich, Anna und Elsa von mir. Und wie hat dir der gefallen? So mittel. Mittel? Warum? Weil ich fand den einen Teil nicht so gut. Also den Teil 1 fand ich gut, aber Teil 2, da wurde nicht so viel erklärt. gibt es auch, weil wir gerade über die Musik gesprochen haben, gibt es Lieblingslieder? Du hast ja schon erzählt, dass der Balou zum Beispiel, dass der auch gerne tanzt. Disney-Film ist, dass der Also Disney-Lieblingslieder, versuch's mal mit Gemütlichkeit, finde ich gut. Und mehr fällt mir nicht ein. Das ist ja schon ein ganz bekanntes Lied. Wie geht es dir dann, wenn du den Film guckst und da Balou siehst und du hast gesagt, das ist deine Lieblingsfigur, spielst du dann vielleicht selber auch Szenen aus dem Film nach oder tanzt du zu dem Film oder singst du zu dem Film oder bist du ganz ruhig, wenn du den schaust? Ich träume manchmal, wenn ich Filme sehe und deswegen bin ich ganz ruhig. Ah, das ist ja spannend. Also das begleitet dich auch weiter dann, wenn du es gesehen hast. Dann träumst du Szenen nach aus dem Film oder träumst du den Film weiter, wie die Geschichte weitergehen können? Ich, also den Kevin allein zu Hause, den habe ich auch geguckt zum Beispiel. Da hat der Kevin einen Film geguckt, wo es solche Diebe drin gab und dann hatte ich schon Angst, dass ich träume, dass irgendein Albtraum, aber es ist nicht passiert. Also ist gut ausgegangen auch. Jetzt machen wir mal ein Gedankenexperiment. Versuch dir mal vorzustellen, du hättest diese Disney-Filme noch nicht gesehen. Was würdest du vermissen? Also kannst du dir ein Leben ohne Disney-Filme vorstellen? Wie sähe das aus? Ein Leben ohne Disney-Filme mit mir? Da hatte ich nicht so viel Erfahrung mit Filmen und ich habe auch viel von Disney-Filmen gelernt. Aber ich wäre auch nicht so schlau, wenn es keine Disney-Filme gäbe. Und ich vermisse dann auch die Arielle, weil die so ist wie ich. Die ist neugierig, hat rote Haare und ist manchmal auch ein bisschen frech. Super, das ist ja toll. Das ist also noch eine andere Lieblingsfigur von dir? Ja. Das finde ich, hast du ganz super beschrieben, dass ihr ähnliche Eigenschaften habt, dass du dich mit der identifizierst. Jetzt bin ich aber doch noch mal neugierig, deshalb frage ich noch mal nach, was hast du denn gelernt aus den Disney-Filmen? Weil du gesagt hast, du hättest dann weniger Erfahrung mit Filmen und hättest das nicht gelernt. Was kann man aus Disney-Filmen lernen? Was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass zum Beispiel bei einem Kinderspiel mir ist aufgefallen, dass ganz viele Sachen lebendig sind. Zum Beispiel die Teekannen oder beim verrückten Schuhmacher auch die Tassen und so. Und zum Beispiel auch der Olaf ist lebendig. Der Schneemann. Also es ist vielleicht ganz viel Geist in den Dingen oder in den Tieren, die man sieht, in den Gegenständen. Ja, spannend. Ich rede mal noch mit den anderen Teilnehmern und wir können gleich noch mal weiterreden. Bruno, vielen Dank schon mal erst mal für deine Eindrücke. Das fand ich sehr spannend. Und wenn du Fragen auch an die anderen hast oder dich einmischen möchtest, gerne jederzeit, ja? Dann sag einfach Bescheid. Ich möchte die Frage mal weitergeben nach dem ersten Disney-Moment. Franka, wie war das bei dir? Kannst du dich noch erinnern? Dein erster Disney-Moment und wie sah der aus? Also ich war da so vier oder fünf und der Film war Mulan. Und also sonst kannte ich nur so Disney-Filme, die so mit so Prinzessinnen waren und da habe ich mich nicht so richtig wiedergefunden. Aber so mit Mulan konnte ich mich so ein bisschen identifizieren. Und ja, also auch in die ganze Welt, da konnte ich mich so einfach reindenken und so. Also es war sehr gut. Und hast du dann auch die Neuverfilmung dieses Jahr, nein, letztes Jahr muss man sagen, gesehen? Nein, noch nicht. Also ich will mir nicht den Original ruinieren, weil der neue Film sieht nicht gut aus, leider. Hast du vielleicht schon ein paar Bilder gesehen oder den Trailer? Ja, generell auch so Kritiken von dem Film sehen alles nicht so gut aus, leider. Was hat dir gefallen bei Mulan? Also bei Mulan war so, ich fand die Story hat mich so sehr reingezogen. Ich war richtig drinne. Und ich fand die Charaktere waren sehr interessant, vor allem Mulan. Und auch Mushu und so waren mal sehr lustig. Aber ja, auch so mich so in Mulan halt wiederzufinden, war so ein schönes Gefühl damals. Und wie geht es dir mit neueren Disney-Filmen? Also gibt es da bestimmte Lieblingsfiguren, die du hast? Oder noch andere Filme, mit denen du dich assoziierst? Also von den Neuen habe ich nicht so viele geguckt, muss ich sagen. Aber ich mochte Rapunzel neu verfüllen. Den fand ich sehr lustig. Und sonst nicht so sehr. Wie sähe denn ein Leben ohne Disney-Filme für dich aus? Also es wäre ganz anders, weil wenn man so klein ist, guckt man ja die Disney-Filme, weil die sind ja so für Kinder eher gedacht. Und da werden ja auch so Moralen und sowas beigebracht, wie er es schon eben gesagt hat. Also da lernt man ja auch so Sachen, zum Beispiel nett zu sein und so zu teilen und sowas. Also auch generell so diese Magie von Disney, so in so eine Welt einfach so reingezogen zu werden und so, das würde ich vermissen. Also es wäre weg. Und das ist auch so ein Gefühl, was sich einstellt so über Filme hinweg, würdest du sagen? Ja, also so in gute Filme wird man so richtig in die Welt hineingezogen und kommt da so gar nicht mehr raus und denkt dann dann noch so fünf Jahre später drüber nach. Ja, vielen Dank erstmal für den Moment. Andreas Blathaus, wie sah das bei Ihnen aus, Ihre erste Begegnung mit Disney? Wie hat sie die für ihr weiteres Leben geprägt? Ich muss sofort sagen, dass es natürlich jetzt ein bisschen langweilig wird, denn obwohl ja Bruno und mich fast ein halbes Jahrhundert trennt, haben wir denselben ersten Disney-Moment gehabt. Also ich habe genau wie du auch das Dschungelbuch erstmal in Ausschnitten gesehen. Meine Eltern hatten einzelne Szenen daraus auf Super-8-Filmen und die sind bei uns im Wohnzimmer dann über so einen Filmprojektor gezeigt worden. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang die waren. Mir kamen die irre lang vor. Und später habe ich dann, als ich den Film das erste Mal komplett sah, gesehen, wie viel ich eigentlich noch überhaupt nicht kannte, weil natürlich nur so die tollsten Szenen mit den Liedern und so drin gezeigt wurden. Und mir ging es sehr, sehr ähnlich. Ich muss, glaube ich, auch drei, vier Jahre alt gewesen sein. Mein erster Kinofilm ist Asterix der Gallier gewesen. Das war ungefähr dieselbe Zeit, aber an den habe ich viel weniger Erinnerung als als Dschungelbuch, obwohl es wirklich im Kino war und das andere zu Hause. Aber diese Figuren, genau wie Bruno das eben beschrieben hat, das ist toll. Man hängt sofort mit Balou irgendwie zusammen. Man hat wirklich Angst vor Schirkanen. Diesen Effekt habe ich auch sehr extrem verspürt. Und am Ende ging es mir zumindest so, war ich ein bisschen traurig, als Mowgli sich dann mit dem Mädchen durchtat und seine Freunde zurückließ. Aber man muss sagen, dass man ja doch auch ein bisschen getröstet wird, wenn Magira und Balou dann abziehen und nochmal munter weitersingen, dann weiß man, es wird nicht ganz schlimm werden. Fing dir das auch so, Bruno? Warst du auch enttäuscht von dem Ende, als der Mowgli dann zur Shanty gegangen ist, in die Menschensiedlung? Also, als ich das geguckt habe, war ich da auch ein bisschen mitfühlend. Aber als ich den dann das zweite Mal geguckt habe und das dann wieder gesehen habe, war ich nicht mehr so überrascht davon. Ja, Andreas Plathaus, ich habe es in der Anmoderation schon erwähnt, Sie sind Donaldist und zwar schon seit einigen Jahren. Was kann man sich denn darunter vorstellen für alle, die damit noch nie in Berührung gekommen sind? Was zeichnet einen Donaldisten aus und was machen Sie im Speziellen als Donaldist? Was ihn auszeichnet, ist eine sehr intensive Beschäftigung mit der Welt von Entenhausen und da müssen wir jetzt natürlich sofort ein bisschen abgrenzen. Uns interessieren die Donald-Filme, die es ja auch gibt und Donald kommt ja sogar aus den Filmen heraus. Uns interessieren die Filme nicht. Uns interessieren nur die Comics und uns interessieren auch eigentlich nur die Comics von einem einzigen Zeichner, der von den 40er bis in die 60er Jahre hinein ein paar tausend Seiten gezeichnet hat. Also ein großartig riesiges Werk. Der Mann heißt Karl Barks, ist ein Amerikaner, der auch in den Filmstudios groß geworden ist als Gag-Schreiber und so gesehen schon auch sehr filmisch erzählt, wie ich glaube. Aber es sind eben doch Comics und diese Comics begeistern uns dermaßen, dass wir zur Arbeitsprämisse unserer Beschäftigung mit Entenhausen gemacht haben. Wir betrachten diese Bilder, die er gezeichnet hat, als ob es Fotos einer realen Welt wären. Und wir müssen alles erklären, was darauf passiert. Um ein kleines Beispiel zu nennen, wir kennen alle die Bilder, wenn Donald beispielsweise ganz schnell läuft, dann verlassen seine Füße den Erdboden. Einfach um, klar, jetzt würde ein Ästhet sagen, ein Kunsttheoretiker, dass es deshalb damit gezeigt wird, wie unglaublich schnell der ist. Der ist so schnell, der hebt ab. Das glauben wir nicht. Wir als Donaldisten sagen, nein, es muss in Entenhausen etwas anderes sein, dass die wirklich laufen und dabei in der Luft sind. Und das ist auf Grundlage der in der ganzen Universum geltenden physikalischen Grundregeln nur beispielsweise damit zu erklären, dass die Erdanziehungskraft in Entenhausen geringer ist. Und dann versuchen wir, dafür Belege zu finden. Und so funktioniert Donaldismus. Donaldismus ist eine Metawissenschaft und man kann alles untersuchen, was normale Wissenschaften auch untersuchen. Man kann philosophisch über Entenhausen nachdenken, physikalisch, wie gerade geschildert, medizinisch, soziologisch. Jeder, der ein bisschen was von irgendwas versteht, guckt dann mit seinem Wissen da drauf und versucht, kleine Bausteine zum Verständnis von Entenhausen beizutragen. Ich bin naturwissenschaftlich eine Niete. Darum interessieren mich mehr die geisteswissenschaftlichen Dinge. Aber ich habe zum Beispiel auch über das Kino in Entenhausen geforscht. Auch nicht uninteressant. Das klingt für mich jetzt einerseits sehr ernsthaft wissenschaftlich, andererseits auch komisch. Was haben Sie da rausgefunden? Über das Kino in Entenhausen, das ist gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich, außer dass die viel früher mit Special Effects gearbeitet haben. Also die wenigen Filmausschnitte, die wir kennen, die in den Comics vorkommen, die eben dort in Kinosälen gezeigt werden, sind mit einem ganz anderen Verständnis für wirkliche Effekte gemacht. Also es sind unglaublich actionreiche Filme und Entenhausener gehen auch nach einer halben Stunde aus dem Kino, wenn bis dahin nicht mindestens drei Leute in dem Western erschossen worden sind. Also das ist ein sehr rabiates und sehr effekthascherisches Publikum. Dementsprechend läuft die Filmproduktion. Wir haben Gottlob einen Comic, der nur über die Dreharbeiten eines Filmes geht, wo Daniel Düsentrieb, der Erfinder, dafür sorgen muss, dass die Dreharbeiten überhaupt stattfinden. Und das ist auch wieder ein Western, wo ein Riesenroboter plötzlich mit eingreift. Und schon an dieser Kombination, unglaublich trashig, kann man sich eigentlich bei uns nur in Japan vorstellen, sowas in den 60er Jahren, sieht man, wie seltsam das Kino in Entenhausen aussieht. Also die waren schon längst, bevor bei uns von Superheldenfilmen oder sowas die Rede war, in einer Überwältigungsästhetik begriffen. Da wussten wir noch überhaupt nicht, was das ist. Und das ist eine Grunderfahrung, wenn man sich mit Entenhausen beschäftigt. Man kann unglaublich viel fürs eigene Leben daraus lernen, denn im Zweifelsfall ist alles in Entenhausen schon da gewesen. Das finde ich ganz spannend. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück, sozusagen der Sprung vom Comic auch zum Film oder zurück, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. Franka und Bruno, wie ist denn das bei euch? Ihr habt jetzt ja schon mannigfaltig erzählt über eure Erfahrungen zu Disney-Filmen. Hattet ihr auch schon Berührungen mit Comics, mit Disney-Figuren, sei es jetzt zum Beispiel Entenhausen, die Donald Duck Comics? Also hier war ich schon in der Sonderausstellung, da habe ich solche Film-Comics gesehen, aber mehr nicht. Also ich habe früher immer so in meinem Supermarkt mir so das lustige Taschenbuch geholt und habe dann da so drin gelesen und ja, ich fand es eigentlich sehr lustig und auch, es gab auch so ein Mickey-Maus-Magazin, glaube ich, das habe ich auch immer gelesen, wegen dem Geschenk. Aber so das lustige Taschenbuch habe ich mir auch so mehrere Bände von geholt und ja, also das war einfach so eine Welt, wo man einfach reingehen konnte, die so zugänglich war, vor allem als Kind. Aber das klingt jetzt so ein bisschen abgeschlossen, das heißt, das ist jetzt nichts, was du jetzt noch verfolgst? Ja, also ich lese nicht mehr das lustige Taschenbuch. Ich habe jetzt auch verkauft, die Bände, die ich hatte, aber trotzdem werde ich immer so die Erinnerungen daran haben und so. Ja. Lustiges Taschenbuch, Mickey-Maus-Heft, das habe ich häufiger schon gehört, so als Einstiegsdroge in Anführungszeichen. Wie war das bei Ihnen, Andreas Plathaus? Wie sind Sie denn zum Donaldisten geworden? Wie kam die erste Beschäftigung mit den Comics? Ziemlich genau so. Ich glaube, die ersten Mickey-Maus-Hefte habe ich gelesen, als ich als Vierjähriger mit meinen Eltern an der Diederländischen Küste war und das heißt natürlich, ich habe sie nicht gelesen, sondern ich habe sie mir angeguckt und vielleicht hat sie mir jemand vorgelesen, das weiß ich nicht mehr. Aber als ich ein paar Jahre später auf ein Heft eben vom Sommer 1970 stieß, erinnerte ich mich an die Geschichte, die da drin war. Das ist eine ganz furchtbare Geschichte, darum ist mir das ein bisschen peinlich. Also die ist wirklich total banal, aber irgendwas hat in meinem Kopf offensichtlich sich da festgesetzt. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich glaube so ab 1972, also mit sechs Jahren, als es dann wirklich so mit dem Lesen auch losging, habe ich halt, weil mein Vater auch ein großer Fan von Entenhausen Comics damals war, das war natürlich mein Glück, habe ich relativ regelmäßig was bekommen und habe da viel gelesen und irgendwann habe ich festgestellt, dass bestimmte Geschichten sich dann wirklich bei mir nochmal viel intensiver festsetzen. Und wie sich dann im Nachhinein herausstellte, damals wusste ja kein Mensch, dass das jemand anders als Walt Disney gezeichnet hat, es stand immer nur Walt Disney drauf und es wurde nie irgendjemand genannt, der das machte. Aber wie sich dann herausstellte, waren die meisten dieser sehr, sehr guten, für mich sehr witzigen und klugen Geschichten, eben von diesem amerikanischen Zeichner Karl Barks. Und das war so ein Evidenzerlebnis, was die meisten Donaldisten hatten, denn seit 1951, als überhaupt Disney Comics in Deutschland erschienen, sind die Geschichten von Barks sehr viel gedruckt worden, das geht bis heute durch. Und erfahrungsgemäß sind das die, die Kinder auch am meisten beeindrucken, die sind einfach am besten erzählt. Und Kinder haben ein super Qualitätsbewusstsein, wie ich immer wieder merke. Als Erwachsener geht man mit sehr reflektierten Ansichten an Dinge ran. Kinder sind unmittelbar, die sagen einfach, das ist toll erzählt, das ist spannend. Und das konnte der wie kein anderer. Sie haben jetzt sehr schön beschrieben, dass Sie die ersten Comics quasi gesehen haben, betrachtet haben, noch ohne lesen zu können. Diese Sprachebene wird mich noch interessieren, gerade natürlich auch aus Ihrer Perspektive als Schriftsteller und auch als Literaturredakteur. Ganz häufig hört man ja auch, dass die Erika Fuchs da einen großen Anteil hat, zum Beispiel die Karl-Barks-Geschichten ins Deutsche übersetzt zu haben. Können Sie da noch ein bisschen was zu erzählen? Wie ging es Ihnen dann mit der Sprache und wie beschäftigt Sie das als Donaldist? Die Sprache, die Erika Fuchs als Übersetzerin über Jahrzehnte hinweg geprägt hat, ist das Tolle daran, dass da wirklich jemand war, der seit 1951 bis in die 80er Jahre hinein so ziemlich alles übersetzt hat, was aus Entenhausen kam. Lustige Taschenbücher nur am Anfang, aber das war dann einfach zu viel. Aber Mickey Mouse Hefte waren wirklich alle von ihr bis in die 80er Jahre und danach hat sie die noch fehlenden Barks-Geschichten auch alle übersetzt, bis sie im Alter von weit über 90 dann aufgehört hat. Also es ist beeindruckend. Und was dabei toll ist, dass sie eine Sprache hat, die zumindest ging es mir so und offensichtlich geht es vielen anderen so, sich auch schon, wenn man das als Kind liest, als etwas sehr Besonderes, als etwas Ungewöhnliches festsetzt, was damit zu tun hat, dass die Dame schon über 50, äh Mitte 40 war, als sie dieses Übersetzen überhaupt anfing. Und sie kommt selber aus der Literatur her. Sie hat vorher englische Romane übersetzt und hat Kunstgeschichte studiert und man merkt, sie hatte den Anspruch, wunderbar arrogant, das sind amerikanische Comics, das kann eigentlich nichts taugen, also muss ich wenigstens den Text retten, wenn ich schon unsere deutschen Kinder mit sowas konfrontieren will. Und das hat zu etwas ganz Tollem geführt, weil die dann einen so leicht geschraubten, anspruchsvollen Stil da reingebracht hat, dass man diese Figuren anders reden hört, als die meisten anderen Figuren, denen man als Kind begegnet, in Bilderbüchern oder im Fernsehen. Die sprechen auf einem sehr ungewöhnlichen Sprachniveau mit seltsam altertümlichen Begriffen, sehr korrekter Grammatik, aber genau das lässt sich natürlich im Lesen super auffassen. Das wirkt überhaupt nicht künstlich, weil man es ja nicht vorgesprochen bekommt, sondern es findet im eigenen Kopf statt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das so erfolgreich ist. Wenn jemand so Filme synchronisiert hätte, glaube ich, wäre es als entsetzlich empfunden worden. Gibt es dann auch einen Lieblingsbegriff oder eine bestimmte Redewendung, die Sie als besonders genial empfunden haben, die man da vielleicht heranziehen könnte? Ach, es gibt einiges in der Art. Der berühmteste Spruch, den sie geprägt hat, ist natürlich dem Ingenieurs nichts zu schwör, wobei wir jetzt auch mittlerweile rausgekriegt haben, dass es den tatsächlich sogar vor Erika Fuchs schon mal als Werbespruch irgendwo gab, wenn auch nicht so gereimt. Aber ist ja egal, sie hat ihn popularisiert. Aber allein schon so kleine Dinge, dass beispielsweise Dagobert, der nochmal ganz besonders gestelzt und besonders korrekt spricht, immer wirklich mit allen richtigen Konjunktiven und sowas redet, das ist ganz fantastisch. Und dann gibt es so wundervolle Begriffe, wo Slogans geprägt werden, Markenbegriffe, wie beispielsweise der Treibstoff Duculin 63 mit dem Wirkstoff K, also wo so Dinge, die völlig aus der Welt herausfallen, aber die natürlich gerade deshalb, weil man sie überhaupt nur daher kennt, sich so wunderbar reinsetzen. Oder eine, ich sprach kürzlich mit einem Freund von mir und wir erinnerten uns beide an eine Geschichte, die wir mit sechs, sieben Jahren gelesen haben, wo eine elektrische Zahnbürste eine Rolle spielte und die wurde damit beworben mit gebremstem Schaum. Und ich muss zugeben, ich wäre heute noch extrem dankbar, wenn es endlich mal eine Zahnbürste gäbe, die gebremsten Schaum lieferte, denn das Zähneputzen und die Schaumspritzerei dabei ist sehr unschön. Sehr schön. Ich habe mal noch eine neugierige Nachfrage, wie viele Donaldisten gibt es denn überhaupt? Kann man das so abschätzen? Wie groß ist Ihre Zunft? Wenn man die Leute nimmt, die in einem Verein bei uns versammelt sind, dann gibt es etwas über tausend, aber natürlich gibt es viel mehr Donaldisten, denn Donaldist wird man ja nicht, weil man Mitglied irgendwo ist, dann ist man es nur offiziell, aber Donaldist ist man aus dem Herzen heraus und aus Überzeugung und ich würde behaupten, es gibt Millionen, die meisten wissen es nur noch nicht. Aida Benaschur, natürlich auch an dich, die Einstiegsfrage, was war denn dein persönlicher Disney-Moment und wie sah der aus? Ich habe tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht, ich weiß nicht mehr so ganz genau, was es war, was ich zuerst gesehen habe, aber ich erinnere mich an Bernhard und Bianca und an Susi und Strolch, also einer von beiden wird es gewesen sein, ich vermute, es war Bernhard und Bianca. Und hast du da noch Erinnerungen dran, wo du den gesehen hast, mit wem vielleicht, in welchem Kontext das war? Ganz lustig, ich habe tatsächlich im Sommer darüber geredet, dass ich heute dieses Gespräch hier führe mit zwei ganz alten Kinderfreunden, Sandkastenfreundinnen und die eine davon ist leider sehr krank geworden, aber als ich erzählt hatte, dass wir dieses Gespräch machen, dann sagt sie, ja Bernhard und Bianca und plötzlich fielen dann auch die Namen der Krokodile, Brutus und Nero und die konnten sich an alle Details erinnern, wohingegen ich wirklich so, what, wie kommst du denn jetzt darauf, dass du dich an so viele Details erinnern kannst? Ja, also das war, wir waren gemeinsam, wir waren zu viert, also ich vermute sogar, dass mich mein Vater ins Kino gefahren hat und wir waren im Royal, ja, also wirklich im größten Kino der Stadt damals und haben uns diese Mäusegeschichte reingezogen, ja. Und ist da gleich der Funke übergesprungen, dass du gesagt hast, ach, jetzt will ich nur noch Disney-Filme sehen oder jetzt will ich mehr davon? Nee, also so richtig übergesprungen ist das nicht, selbst die Hundegeschichte hat mich nicht so wirklich dahingerissen, ja. Ich habe mir das natürlich im Nachhinein nochmal angeguckt, ich musste mir diese ganze Geschichte nochmal angucken und weil man mich heute fragt, was war zuerst und woran erinnerst du dich, auch musikalisch gesehen, am meisten, ich habe mich, ich war sehr verwundert, also diese ganzen Disney-Filme machen vor allen Dingen den Unterschied darin, dass sie immer sehr hohe Frauenstimmen wählen, also es quietscht schon so ein bisschen im Ohr, das, es ist auch irgendwie so, es ist so ein Aufmerksamkeitseffekt, der dadurch, glaube ich, nach besonders gefördert wird, es ist kaum, also Balust, dann wirklich eine schlagende Ausnahme, wahrscheinlich auch deswegen der erfolgreichste Song. Und dann habe ich geguckt, wer hat bei Bernhard und Bianca gesungen, jetzt frage ich mal den Donaldisten, ob er es weiß. Es ist ja nichts mit Donald. Es ist Wenke Müre gewesen, die quietscht also auch noch auf Deutsch mit einem leicht norwegischen Akzent, das kam wohl auch besonders gut zur damaligen Zeit und ich habe wirklich versucht, den höchsten Ton zu treffen, den sie singt, das ist unglaublich hoch. Ja, also das hat mich nochmal beeindruckt, aber auch bei Susi und Streuch, da gibt es so eine Szene, wo die Hunde gemeinsam irgendwie zusammen was heulen. Der Hundezwinger. Ja, genau, der Hundezwinger mit diesem afghanischen Hund, mit der langen Hase. Das war wirklich, das war herrlich, ganz, ganz süß. Also da muss ich sagen, das war eine Szene, an die konnte ich mich dann, als ich sie wieder gesehen habe, auch schlagartig wieder erinnern. Ja, die weinenden Hunde im Zwinger. Was ich ja ganz spannend schon finde, jetzt anhand dessen, worüber wir schon gesprochen haben, es gibt so Querverbindungen über die Generationen hinweg. Also Andreas Plathaus, Sie haben das schon schön auf den Punkt gebracht, mit dem gemeinsamen ersten Film, mit Bruno Arp, beide das Dschungelbuch gesehen, auch wenn Jahrzehnte dazwischen liegen. Und es scheint ja auch bei deiner Freundin so gewesen zu sein, auch wenn es bei dir vielleicht etwas verschütteter war in der Erinnerung, dass es sehr präsent ist. Und die Frage, die sich daran stellt, ist natürlich, wie prägt einen sowas fürs Leben? Also kann man das irgendwo nochmal hervorholen? Oder wie hätte das Leben vielleicht auch ausgesehen, ohne diese frühkindlichen Disney-Erfahrungen? Das ist ganz spannend. Also was der Bruno gesagt hat, das stimmt natürlich total, dass dieser moralische Aspekt da eine ganz große Rolle spielt. Gerade bei Bernhard und Bianca ist mir das nochmal ganz stark aufgefallen. Jetzt, wo ich mich natürlich auch mit Diversität und interkultureller Arbeit und so weiter massiv auseinandersetze, es gibt immer wieder diesen Moment, dass wir holen jemanden auch in unseren Kreis. Also der Bernhard, der ist ja Hausmeister. Das ist ja eine ganz einfache Maus im Vergleich zu den anderen Mäusen, die da von dieser großen internationalen Versammlung sitzen. Die kommen ja von überall her. Und dann kommt Madame Bianca elegant mit ihrem rosa Hut da reingetippelt. Und am Ende sind sie ja ein Paar. Also am Ende sind sie, also er verliebt sich ja dann in die Bianca. Und die Bianca mag ihn sowieso scheinbar, weil sie ihn da in der Flasche ja gleich als allererstes sieht. Dasselbe erleben wir bei Susi und Strolch. Der Name sagt es, er ist der Streuner, der die ganze Zeit irgendwie dann einen auf cool macht und sie dann zum Essen einlädt bei den Italienern und so. Und sie ist da so die feine Dame, die auch offensichtlich in einem sehr bürgerlichen Haushalt aufwächst und wohnt und auch die verwöhnte Prinzessin, Hund ist. und Strolch wird dann in diesen Kreis aufgenommen, nachdem er also das Baby rettet. Das hinterlässt Spuren tatsächlich. Dieses in den Kreis aufschließen lassen, in den gesellschaftlichen Kreis aufschließen lassen, in das Milieu mit aufnehmen, wo es eben diesen doch massiven Klassenunterschied gibt zwischen Bianca und dem Bernhard oder eben auch dem Strolch. Und das hinterlässt Spuren, auf jeden Fall. Wie war denn der Sprung, um jetzt nochmal auf deine jetzige Beschäftigung zurückzugehen, als du dir die Disney-Filme wieder angeschaut hast? Also ich frage mich natürlich, wie divers sind die Disney-Filme? Das ist ja auch eine Frage, die wir hier im Begleitprogramm der Ausstellung immer mal wieder aufgeworfen haben. Und ja, inwieweit prägt einen das vielleicht auch? Also Bilder, die gezeichnet werden. Du hast es eben schon kurz mit einer Szene aus dem Hundezwinger angedeutet. Also eine These wäre ja, da wird auch mit starken Übertreibungen, mit Zuspitzungen, Klischees, Stereotypen operiert. Ja, also ich glaube, bei den Filmen sowieso, weil sie erstens gezeichnet sind und zweitens natürlich bestimmte Charaktere ganz stark herausarbeiten wollen. Am stärksten ist mir das nochmal im Nachhinein aufgefallen, als ich Bernhard und Bianca gesehen habe und diese United Nations-Versammlung, The Rescuer, so heißt ja der Film, die Retter, die Lebensretter. Und da sitzen also lauter Mäuse, die auch Merkmale tragen, ganz klischeehaft von den einzelnen Nationen. Natürlich schwarze und dunkle Mäuse tragen Afro-Look, die österreichische Maus trägt Tracht, die deutsche Maus wird repräsentiert von einer Frau, das ist übrigens eine interessante Variante. Ja, das ist so das eine. Also zumindestens, genau der eine Aspekt, der nächste Aspekt ist, den ich auch frappierend finde, auditiv, also jetzt auch auf den Sound gehend, ist, dass die Tiere natürlich immer wieder in unterschiedlichen Akzenten sprechen, sowohl im Original als auch in dem Synchron. Das heißt, bei Susi und Streuch gibt es den schottischen Terrier, der mit dem schottischen Dialekt irgendwie Englisch spricht, ich glaube, Bianca spricht natürlich diesen ungarischen Akzent, sie spricht so ein osteuropäisches Englisch einfach und das merkt man, das zieht sich so ein bisschen durch, dass auch die Akzente und Dialekte in den einzelnen Sprachen mit aufgenommen werden und das spitzt zu, macht die Sache lustig zum Teil auch, also amüsant vom Zuhören einfach. Es ist auf jeden Fall ein Audio, ein Audio-Genuss zu sagen, okay, ich kann das jetzt zuordnen, ja. Und dann haben wir ja auf der anderen Seite Disney auch, wenn wir über Diversität sprechen, als globales Phänomen. Also es ist ja auch etwas, was weltweit stattfindet, was, wie wir schon gesehen haben, über Generationen hinweg stattfindet. Kannst du darüber vielleicht noch was erzählen? Gibt es da auch Berührungspunkte zu deiner Arbeit als Outreach-Managerin und der Beschäftigung mit Diversität, wie Disney weltweit prägen kann oder auch vielleicht auch verbinden kann? Das ist ein bisschen eine schwierige Sprache, also eine schwierige Sache, weil natürlich, es gibt Übersetzungen in die arabische Welt, wo wir ganz viel, ich glaube in Kairo die Übersetzung haben und wo es dann auch Schlager werden, Regelrechte. Besonders bei Ariel habe ich jetzt, ich habe jetzt Ariel im Sinn, was so ganz lieblich gesungen wird, aber übrigens nicht so quietschig, anders, angenehmer für mich, tatsächlich. Oder auch Verkleidung, also es gibt Videos, die kursieren zum Beispiel von Kindergeburtstagen in Tunesien, wo jetzt zum Beispiel ein Teil meines Vaters, also wo mein Vater herkommt, wo die Leute sich als Mickey Mouse und Donald Duck verkleiden, also lebensgroß, und dann tanzen die, aber dann machen die dazu Bauchtänze. Und das ist so witzig, da liegt man teilweise, also da liegen wir unter dem Tisch, wenn wir uns das zu Hause angucken, weil es ist unglaublich, ja, so Bauchtanz und dann kommt da so eine Mickey Mouse raus, das ist unglaublich. Das ist ja wirklich ein spannender, ja, Clash oder eine spannende Zusammenführung verschiedenster Kulturen. Das findet dann zu bestimmten Festtagen statt, oder? Nö, ganz einfach, jetzt ist es Geburtstag, jetzt müssen wir irgendwie was für die Kinder machen und dann ist in dem Kontext kommen die Eltern da verkleidet raus und dann ist jetzt nicht spezifisch die Musik aus dem Sound, aus dem Film selber, sondern dann kommt irgendwas anderes, was da irgendwie reproduziert wird und dann stehen die da in diesen Kostümen und tanzen Bauchtanz. Also das ist natürlich, sag ich jetzt mal, das ist eine Form, eine Variation, die sich natürlich in der arabischen Welt ganz selbstständig irgendwie, also es hat sich verselbstständigt, ist das jetzt nicht so, dass sie klassischerweise jetzt die Melodien aus Aladin reproduzieren würden oder sowas. Das ist auch, glaube ich, das habe ich so, dazu kann ich also auch gar keinen Erfahrungswert wiedergeben, da habe ich jetzt zum Beispiel nichts erlebt, wie jetzt zum Beispiel diese Geschichten aufgenommen werden. Weil man kennt natürlich auch die ganzen alten Verfilmungen, Dieb von Bagdad und so weiter, wo das so ein bisschen mit reinkommt. Also, ja, also Tausend und eine Nacht, diese Geschichten, diesen klassischen Orientalismus, der ja auch aufgegriffen wird von Disney, wo man dann sagen kann, okay, das ist jetzt nicht so ganz das entsprechende Bild. Was natürlich auch nochmal ein spannender Aspekt wäre, der uns jetzt ein bisschen davontreibt, aber auch eine spannende Frage auf jeden Fall und eine Filmgeschichte, darauf hast du schon dankenswerterweise hingewiesen, ja, langer Topros mit Seef of Bagdad und anderen Verfilmungen. Jetzt habe ich schon verraten, du hast ja eine sehr musikalische Familie und bist musikalisch stark geprägt und spielst selber Klavier. Wie war denn da dein Zugang zu Disney und gibt es da vielleicht auch Lieblingssongs? Wie waren da die Berührungspunkte? Also, musikalisch betrachtet, ganz ehrlich, also was mir da so über, was mir da sozusagen in Erinnerung bleibt, in lebhafter Erinnerung, ist, mein Großvater, der ja selber Dirigent war, hat gesagt, das ist ein Kitsch, ja, diesen Kitsch will ich hier nicht mehr hören. Mach das aus. Also so war das, ja, also er empfand das als wahnsinnig kitschig, ich meine, gut, er ist 1900 und, ich glaube, 18 geboren, Ersten Weltkrieg hinter sich gebracht, da haben die andere Musik gehört und da war schon Unterhaltungsmusik, naja. Also es ist kaum vorzustellen, wie er das gehört hat. Deswegen war also auch die Reproduktion der Disney-Lieder tatsächlich bei uns zu Hause eher sowas, wo man sagt, können wir das vielleicht vermeiden? Hast du es dann heimlich gehört? Naja, gut, also bei Bernhard und Bianca, das ging ja noch durch, das konnte man noch irgendwie, ich meine, ich war sechs, ja. Das ging gerade noch so durch, aber tatsächlich war eher was anderes angesagt, ja. Und wie geht dir das heute, wenn du heutige Disney-Filme siehst oder vielleicht die Klassiker auch wieder siehst und die Musik darin hörst, das betrachtest? Also empfindest du das immer noch unter dieser Vorprägung, ah, das ist von meiner Familie her mal als Kitsch angesehen worden oder hast du da einen neuen eigenen Zugang zu gefunden? Also die ganz alten Sachen, die finde ich super spannend, weil die natürlich irgendwie auch sehr, also da kommt jetzt was ganz anderes irgendwie raus, diese choreografisch-tänzerischen Aspekte, die mit reinspielen und da wird gesteppt, da war es so 20er, 30er, das sind natürlich ganz andere künstlerische Aspekte, die ich da sehr, sehr interessant und spannend finde. und das ist auch in der Ausstellung, die ihr zeigt gerade etwas, was ich total spannend finde und was ich mir auch gerne anhöre und angucke. Also kann man tatsächlich auch die Augen auch erstmal zumachen, weil es einfach spannend ist zu sehen, was wird da gemacht, ja, und wie ist es dann zeichnerisch aufgegriffen später. Ich glaube, bei dem Zauberlehrling sieht man das wunderbar, dass der Besen, der Sound quasi synchron gemacht ist. Das ist schon schön gemacht. Das ist tatsächlich eine tolle Arbeit. Was ich bei dir jetzt auch nochmal spannend fand mit diesem Kitsch-Aufkleber, ist vielleicht auch nochmal diese Übersetzungsleistung, die stattfinden muss, also in Ergänzung zu dem, was Andreas Blathaus eben gesagt hat, mit Erika Fuchs und sozusagen dieser speziellen Übersetzung eines amerikanischen Comics für das zeitgenössische deutschsprachige Publikum, dass man da erstmal reserviert dem Gegenüberstand und das entsprechend dann... Ich glaube, das Einzige, was meine Mutter immer wieder aufgegriffen hat, war Boing. Boing. Eine Comicsprache. Ja, Comicsprache. Boing. Fertig. Also ganz klar, da ist was hingefallen und es ist die Debatte. Das ist das, was sie sehr häufig immer wieder benutzt und aufgegriffen hat. Also Susi und Streuch habe ich auch schon geguckt und zufällig sogar hier in diesem Kino. Oh wow. Und wie war das? Ein bisschen aufregend. Ich fühle mich immer ein bisschen aufregend, wenn ich einen neuen Film sehe. Das kann ich gut verstehen. Das ist doch auch was ganz anderes, als wenn man ihn zu Hause auf dem Fernseher schaut, oder? Ja, alles ist viel größer und dunkler. Und hast du noch Erinnerungen daran, wie dir der Film gefallen hat oder wie es dir nach dem Anschauen hier im Saal ging? Also am Anfang habe ich sofort gemerkt, dass der Film ganz schön zerkratzt ist. Und dass da Sachen drin sind, die heutzutage nicht mehr so beliebig sind. Was meinst du damit? Zum Beispiel, dass die Hunde so ausgeschlossen werden und gefangen werden. Das ist heutzutage nicht mehr so. Das ist auch ziemlich traurig, oder? Ziemlich hart anzusehen. Oder wie ging es dir damit? Ich fand das sehr spannend. Aber das, was du jetzt gesagt hast, dass der so zerkratzt war, der Film, das ist auch eine ganz tolle Beobachtung, weil wir hier ja den Film auch in unterschiedlichen Formaten zeigen, mal neueren, mal älteren Formaten. Und das war dann vielleicht eine ältere Filmkopie, die schon etwas gelitten hat bei früheren Vorführungen, die dadurch ein bisschen abgenutzt war. Du wolltest noch was sagen, Bruno? Den Zauberlehrling fand ich ein bisschen gruselig mit diesem Zauberer. Den fand ich krass. Wie der aussah. Und dass der dann den Besen so zerhaut und dass aus diesem Besen dann neue Besen entstehen. Das Schlimme ist, dass es ganz viele werden. Und ich frage mich, wie das passieren kann. Da sind doch, da sind noch keine, da ist ja noch gar nicht, also unten Stroh dran. Wie wächst denn das Stroh da dran? Das bleibt irgendwie Zauerei, oder? Bleibt ungeklärt. Das kann ich gut nachempfinden, dass das auch bedrohlich wirkt. So viele Besen und Mickey, Mickey Mouse als Zauberlehrling, der ist dann überfordert irgendwann von den vielen, vielen. Bei Mickey Mouse schwamm auch das Zauberbuch im Wasser und ist nicht kaputt gegangen. Mich würde mal noch eine Frage an alle interessieren. Was macht denn für Sie, was macht denn für euch einen Disney-Film aus? Oder so besonders im Verhältnis zu anderen Filmen? Also was ist so das Charakteristische für einen Disney-Film? Wer möchte? Ja, Frank, ja gerne. Bei mir ist so, immer wenn ich einen Disney-Film geguckt habe, fühle ich mich danach besser. Und also das macht mich so glücklich. Und ich finde so, man erkennt Disney-Filme auch immer wieder. Man erkennt so diese Struktur, das Emotionale und wie so die Songs da auch eingebaut sind. Und ja, also ich habe immer ein gutes Gefühl nach Disney-Filmen. Also ich fühle mich nie schlecht. Ich bin immer glücklicher als davor. Also es funktioniert so richtig als positiven Schub, den man dann empfindet? Genau, so ein Feel-Good-Movie einfach. Und das ist aber etwas, was du bei allen Disney-Filmen, die du bisher gesehen hast, findest. Also das hat immer funktioniert? Also es gab bestimmt ein paar, die ich nicht mochte, wo ich dann so gar kein Gefühl danach hatte, wo ich einfach so mäh war. Kannst du ein Beispiel geben? Frozen 2, also da war ich nicht so, da war ich aber auch nicht die Zielgruppe für, denke ich mal. Also da war ich aber auch nicht so drin. Ja, Bruno? Nach Disney-Filmen ist mir aufgefallen, dass ich oft die gleiche Geschichte dann mache. Zum Beispiel nach Dschungelbuch, da hole ich mir einen Tiger und suche mir eine Figur aus, die Mowgli sein soll und sowas. Dann spielst du die Szenen nach oder spielst du den Film nach? Ja. Das finde ich ganz spannend. Und das geht dir bei anderen Filmen nicht so. Also das geht dir bei den Disney-Filmen so. Ja, und bei Disney-Filmen ist mir auch aufgefallen, dass die alle gemalt sind. Das ist ja noch ein ganz wichtiger Punkt, über den wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Also so wie beim Comic ist ja bei den Disney-Klassikern ist das Zeichentrick-Film. Das ist auch was Besonderes im Verhältnis zu anderen Filmen. Du hast vorhin mal Kevin allein zu Haus angesprochen. Der ist ja nicht gezeichnet zum Beispiel. Wie geht es dir mit so gezeichneten Filmen im Verhältnis zu anderen? Also ich finde die toll, weil ich als ich so drei und vier war und sogar auch als ich eins war und zwei, habe ich super gerne mit Dinos gemalt. Ganz gerne gemalt habe ich da. Und dann dachten sich vielleicht meine Eltern, dass ich mal auch gemalte Filme sehen kann. Dann habe ich Dschungelbruch geguckt, oder? Dann war das dein erster Film, den du gesehen hast. Ja, das hast du uns erzählt, das Dschungelbruch als Zeichentrick-Film. Aida, gibt es etwas typisch Disney-haftes, was du in den Filmen bisher gefunden hast, was sie auszeichnet im Verhältnis zu anderen Filmen? Ja, jetzt hast du mich so gefragt. Jetzt muss ich sagen. Natürlich, wir haben in den Disney-Filmen immer wieder das Moment, dass einer ärmer ist als der andere. Das ist dieses Klassenmoment, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Teilweise jetzt bei Bernhard und Bianca ist es die kleine Penny, die auf der Suche nach ihren Eltern ist. Am Ende des Filmes wird alles gut. Also sie kriegt endlich Eltern. Sie ist ja ein Waisenkind. Also insofern Happy End. Strolch findet endlich eine Familie, die ihn aufnimmt. Happy End. Und er wird sogar noch Vater. Wobei die meisten der Hundebabys sehen aus wie Susi. Einer sieht aus wie Strolch. Ich habe es genau gezählt. Es waren vier kleine Hunde. Also es ist immer ein bisschen ähnlich. Es gibt immer wieder dieses Familienmoment. Da steckt, was du vorhin auch gesagt hast, immer so eine ganz klare Werte, so eine Werteschiene steckt da schon dahinter. Es geht natürlich ganz stark um Freundschaft. Und immer wieder, also diese sozialen Aspekte spielen eine große Rolle. Also es ist immer irgendeiner, der was braucht. Der defizitär ist sozial gesehen und das wird dann aber aufgefangen im Film und am Ende ist alles gut. Natürlich ist es im wahren Leben nicht immer so. Andreas Plathaus, was würden Sie sagen, was ist Disney im Verhältnis zu anderen Filmen? Was macht Disney so besonders? Ich gucke nicht mehr sehr unschuldig auf Disney-Filme. Darum ist das dann immer ein sehr, sehr analytisches Herangehen an diese Dinge. Aber das, was ich auch schon hier so raushörte aus den Momenten, die man gesehen hat, das ist natürlich einerseits dieses sehr Kameradschaftliche, was in den Mittelpunkt gestellt wird. Was mir allerdings auch, und das klang ja auch schon ein paar Mal an, immer wieder bei Disney-Filmen von Anfang an aufgefallen ist als Kind, aber jetzt natürlich als Erwachsener auch noch mehr, es gibt immer auch diesen Moment, der Furcht, der darin erweckt wird. Also es gibt immer ganz schreckliche Momente. Wir können an Bambi denken, das ist natürlich ein wirklich traumatischer Moment, wo wirklich mal im Trickfilm Tod thematisiert wird, weil die Mutter von Bambi erschossen wird. Wir haben in Schneewittchen als allerersten langen Disney-Film natürlich diese wirklich erschreckenden Szenen im Wald, wo sie da herumirrt. Und so geht das immer weiter durch, bis Taran und der Zauberkessel, wo man denkt, dass die Hauptfigur tot ist für zwei, drei Minuten und so. Und das ist gewagter als die meisten anderen Trickfilm-Studios, jetzt natürlich nicht mehr, aber zumindest in den 50er, 60er, 70er Jahren hat das außer Disney niemand gemacht. Man hat, glaube ich, da sehr davon profitiert, dass man diesen immens guten Ruf hatte und hat versucht auszuloten, was können wir denn erzählen, um diese Achterbahnfahrt der Gefühle und dann natürlich am Ende das glückliche Ende umso toller zu machen, dann auch wirklich auszuloten. Und das finde ich schon bemerkenswert, auch die Bildsprache, die man dafür entwickelt hat, dass man manchmal gar nicht so explizit zeigen muss, sondern andeutet über die Gefühlserweckung, die man auf die Leinwand bringt, mehr als über das explizite Zeigen. Das ist schon eine für mich bemerkenswerte Leistung, wenn wir davon reden, dass wir ja hier über Familienfilme sprechen. Das ist ja kein Erwachsenenkino. Und trotzdem haben Erwachsene sicherlich ähnlich viel Vergnügen wie Kinder drin. Und das ist eine sehr große Kunst. Das beherrschen nicht viele Leute im internationalen Filmgeschäft. Und das ist auch das, was mich dann bei den neueren Disney-Filmen bisweilen gestört hat, dass es mir dann teilweise zu sophisticated in einigen Punkten wird, zu raffiniert in dem, wo man denkt, da richten sie sich jetzt aber schon an ein Publikum, sagen wir mal 14, 15 aufwärts. Das ist bedauerlich. Das hat Pixar dann besser gemacht. Die haben genau diese alten Disney-Werte in ihre Filme wieder reingenommen. Und das ist, glaube ich, auch die einzige Erklärung für diesen unglaublichen Erfolg von denen. Das finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt. Also gerade das Letzte, was Sie auch noch mal angesprochen haben, sozusagen das Zielpublikum und die Frage, für welches Alter funktioniert ein Film oder ist ein Film gemacht? Aida, du hast eben schon zustimmend genickt, was die Affektenlehre angeht, was die Furcht angeht, auch bei Disney-Lehrer. Ja, also ganz klar, es wird mit Mystizismus gespielt, es tauchen blöge, es skurrile Figuren auf. Bei Bernhard und Bianca ist es die Medusa, die so ein bisschen frivol auftaucht. Ich glaube, in den 90ern sind wir dann alle freiwillig so durch die Straßen gelaufen. Aber die Sümpfe in Lusiana und die Krokodile, die fressen das kleine Kind, die kleine Penny, die in dieses Loch geschwipst wird, damit sie den Diamanten da rausholt. Das waren schon so, das sind schon so Momente, wo man sagt, okay, das ist schon hart. Und trotzdem hat man es einfach so genommen, weil man ja dann, das ist gruselig einerseits, da ist Spannung drin und man guckt weiter, weil man denkt, okay, was passiert jetzt mit dieser kleinen Penny und die wird natürlich durch diese noch viel kleineren Mäuse gerettet. Also, Gott sei Dank. Aber tatsächlich, auch hier wieder dieses gruselige Moment, ja, da auch dieses Zwinger-Moment bei Susi und Strolch, wo die Hunde da durch die Wärter sozusagen misshandelt werden. Und so, also das wird ja angedeutet, ja, also insofern ist das durchaus richtig. Es gibt etwas, was wir so ein Stück weit des Auslotens, ein bisschen über die Grenze gehen, des Erträglichen oder ein bisschen Schmerzgrenzen ausloten, was natürlich dann, wenn die Sopranstimme wieder klingt, Hurra, auch in Tränen ausartet, ja, dann endlich wird geweint. Also, aufgelöst, das Problem ist aufgelöst, natürlich, ja, die engelsgleiche Stimme kommt da mit dem glockenhellen Klang und ja, Halleluja. Also bei den Disney-Filmen ist mir aufgefallen, dass es bei jedem Disney-Film einen spannenden Moment gibt. Ja. Genau. Eine sehr gute Beobachtung, ja. Und, Bruno, du hast auch eine ganz tolle Erkenntnis schon gehabt, eine tolle Beobachtung. Ich möchte das aufgreifen, was Andreas Blathaus eben gesagt hat. Er hat Bambi erwähnt. Bambi hast du noch nicht gesehen, oder? Nee. Aber du hast ja andere Filme gesehen, auch zum Beispiel mit Prinzen und Prinzessinnen und dir ist da was auch gefallen, auch zu den Figuren, die es da gibt, oder? Weißt du, was ich meine? Also die Prinzessinnen zum Beispiel, in welche Familie die hineinkommen, welche anderen Figuren an ihrer Seite sind? Zum Beispiel bei der Schöne und das Biest, die ist ja keine Prinzessin, aber es sind ganz viele auf der Seite von der. Fast sogar die ganze Stadt, außer der Gaston, der La Fou, der Fou. Und ganz oft ist es ja tatsächlich auch so, bei anderen Filmen, Dumbo hast du schon gesehen, zum Beispiel, oder Peter Pan, Ariel hast du schon angesprochen, dass die Kinder, oder vielleicht auch die Tierkinder, alleine sind. Das ist ja beim Dschungelbuch auch so, dass der Mowgli erst mal alleine ist und erst mal ohne Eltern aufwächst. Ist dir das auch bei anderen Filmen aufgefallen, oder wie ist das mit den Vätern und Müttern, die es da gibt, für die Figuren, für die Kinder? Also ich fand das erstmal nicht so beeindruckend. Warum? Das ist jetzt schon zu erklären, aber ich bin da dran nicht so hängen geblieben. Okay, das ist auch in Ordnung. Ja, dann würde ich gerne nochmal auf einen Aspekt zum Ende zu sprechen kommen. Sie alle blicken ja jetzt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf Disney und diese frühkindlichen Disney-Erfahrungen. Ich würde gerne nochmal wissen, wenn Sie jetzt von heute aus zurückschauen, wie hat Disney dazu geführt, dass sie heute da sind, wo sie sind und das machen, was sie machen? Also vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Andreas Plathaus. Als Comic-Experte, als Literaturexperte, als Donaldist, wie stark war diese frühkindliche Prägung, wenn man das aus heutiger Sicht retrospektiv betrachtet? Sie war sehr intensiv und sie war auch, glaube ich, sehr hilfreich, weil ich dieses sehr intensive, begeisterte Lesen, diese Freude am Entschlüsseln dessen, was Lesen überhaupt bedeutet, natürlich über die Comics erstmal vermittelt bekommen habe. Ich weiß einfach, ich wollte wissen, was steht da in diesen Bildern? Das war ein großes Bedürfnis und wenn man mir daraus vorgelesen hat, war das fantastisch und ich habe auch immer noch den Klang der Stimme meiner Großtante im Ohr bei bestimmten Passagen. Das weiß ich noch, wie die mir mit fünf Jahren, als ich dann im Bett lag, die Sachen vorgelesen hat. Aber selber lesen war natürlich noch viel toller und das ist sicherlich nicht schlecht gewesen. Was dann daraus wird, das weiß man nie, aber ich glaube, wenn überhaupt Kinder, sei es über Comics, ans Lesen herangebracht werden, dann ist der ganze Rest noch eine Frage dessen, was man ihnen ansonsten noch zeigt. Man muss ja nicht dabei verweilen und es gibt eben auch ganz wunderbare Comics und mein ganzes Leben wäre vollkommen anders gelaufen. Das ist überhaupt keine Frage. Nicht nur, weil ich tatsächlich jetzt auch beruflich relativ viel zum Thema Disney, zum Thema Comics und zum Thema Zeichentrick gemacht habe, sondern auch deshalb, weil ich über den Donaldismus zumindest großartige Bekanntschaften gemacht habe. Ich wäre nicht bei der FAZ ohne den Donaldismus, denn ein Donaldist war in der Redaktion und der hat mir meinen ersten Auftrag gegeben und den hätte ich sonst halt nicht kennengelernt. Ich habe meine Frau bei den Donaldisten kennengelernt. Das heißt, mein ganzes Leben beruht in gewisser Weise darauf, dass ich mich für diese Sachen begeistert habe. Alles, was toll gelaufen ist, beruht darauf und alles, was Mist gelaufen ist, behaupte ich mal, kommt nicht daher. Also ich kann es nur empfehlen. Aida, wenn du heute nochmal zurückblickst als Outreach-Managerin des DFF auf diese frühkindliche Disney-Prägung, wie wichtig war das für das, was du heute machst, was dich heute umtreibt? Also ich muss sagen, es war schon wichtig. Komischerweise haben sich manche Sachen auch noch so realisiert, dass ich zum Beispiel tatsächlich so ein Bedürfnis habe, dass ich muss anderen Menschen irgendwie helfen, wie die Mäuse in der Mäuse-Polizei. Aber tatsächlich natürlich auch von der musikalischen Seite, es gibt diese Balou-Geschichte, versuch's mal mit Gewütlichkeit, aber was mich auch nachhaltig beeindruckt hat, waren die Aristocats, die also mit ihren Pfoten über das Klavier laufen oder so ganz swingige Musik da machen. Das hat mich schon auch sehr beeindruckt, nachhaltig. Also ich habe selbst rauchend lange am Klavier gesessen und habe gedacht, es ist cool. Ich habe dann gemerkt, es nutzt nichts, wenn man die Zigarette zwischen den Fingern hält, man muss sie ablegen irgendwann. Ja, also das waren schon, also von der Seite, das war schon, das waren auch so ein Door-Opener, mit dem Katzen mögen furchtbar viel Musik. Also da habe ich dann tatsächlich auch die Wendung aus dieser Schlager-Geschichte hin in einen anderen Sound-Bereich bekommen. Das war dann schon auch ganz spannend. Ja, aber es wurde ja dann jetzt, also tatsächlich jetzt, gerade wenn ich an Pocahontas denke oder so, ja, in meiner Welt und in deiner Welt, das fand ich schon irgendwie, naja, also vom Sound her jetzt nicht so der Kick, aber tatsächlich, klar, ich bin in einer bi-nationalen Familie aufgewachsen, ich kenne tatsächlich viele Konflikte in dieser Art, das hat mich nachhaltig auf jeden Fall geprägt, ohne Frage. Die haben auch selbst, selbst diese Versammlung mit den Vereinten Nationen, ja, natürlich, ich habe auch immer wieder im internationalen Kontext zusammengearbeitet. Also insofern, das hat, es hat was hinterlassen. Franca, wenn du heute als 16-Jährige, als Schülerin zurückschaust auf diese ersten Begegnungen mit Disney in der Kindheit, wie hat dich das geprägt? Wie wichtig ist das für dich heute noch in der Rückschau? Also ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt, weil Mulan und die ganzen Disney-Filme, wo ich dann auch mit Freunden ins Kino gegangen bin und die geguckt habe, haben auch so meine Leidenschaft für Filme geweckt und auch so was für Emotionen Filme wecken können und so. Und einfach natürlich auch die Moralen, die da gepredigt werden, habe ich auch mitgenommen natürlich. Aber auch so, einfach so Charaktere, die mir gefallen haben, habe ich mir dann so als Vorbild genommen. und es hat mich schon zu der Person geformt, die ich heute bin. Gibt es noch etwas, was ich jetzt gar nicht berührt habe mit meinen Fragen und Einwürfen, etwas, worüber wir aber unbedingt noch sprechen sollten, was noch wichtig ist für die Disney-Prägung, die wir erfahren haben, die sie erfahren haben? Gibt es noch etwas, was ihr gerne ansprechen mögt? Ne, wenn dem nicht der Fall ist, dann möchte ich nochmal ganz herzlich danken für die vielfältigen, reichhaltigen Beiträge. Vielen Dank fürs Teilnehmen in dieser ganz besonderen Runde, heute ohne Publikum, aber zumindest virtuell zu Ihnen nach Hause. Hier heute im Kino des DFF war ein Bruno Arp. Danke, dass du da warst, Bruno. Franka Dietrich, vielen Dank für die Beiträge. Andreas Plathaus und Aida Benaschur und vielen Dank für die nette Diskussion und ich hoffe, wir sehen uns alle bald nochmal wieder hier im Kino des DFF, dann wieder mit Ihnen persönlich hier auf unseren Sitzen im Kino, wenn wir wieder öffnen dürfen. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.